Hallo Leute! Ja, auch ich möchte euch bei Minecraft mal was Lustiges zeigen. Und zwar habe ich mich mal bei Kronk inspirieren lassen. Da hat ja immer so tolle Monster fallen, wie diesen Monsterschredder etc. Und ich dachte mir mal, ich baue auch mal was Lustiges auf, was gleichzeitig auch noch als lustiger Partygag herhalten kann. Und zwar diesen kleinen Schießstand hier. Ignoriert das mal einfach. Ich habe das jetzt mal nur so eine Demonstration aufgebaut als Zielscheibe. Also das ist normalerweise nicht vorhanden. Ihr hockt euch einfach nachts dort rein, wartet bis ein, zwei Monster sich dorthin verirren. Ist natürlich ein kleines Glücksspiel, ich weiß, aber ist doch ja jede Monster volle. Auf jeden Fall, ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich das wie folgt aufgebaut. Die Selbststoßanlagenblöcke habe ich nämlich genommen und hier als kleines Shooter-Game eingebaut. Und lustige Bastelei, wie ich finde. Keiner hat gesagt, dass man Monsterjagen nicht auch lustig gestalten könnte, oder? Ach ja, genau. An der Seite sind Wasserläufe, die mit einem Block Freiraum hierher gespült werden. Also wenn ihr da unten ein Monsterblatt macht und das Zeug an der Seite reinfällt, läuft das alles hierher. Ihr braucht eure Bode also nicht verlassen. Eine ziemlich lustige Idee, wenn ihr das unter der Tage von einem Monsterspawner aufbaut. Ist eigentlich schnell gemacht. Ihr seht, ich habe einen Haufen Grappelstone benutzt. Wasser habt ihr auch meistens zur Hand. Ein kleiner Weidezaun, damit die Viecher nicht einfach so zur Seite weghüpfen können. Wobei ich noch am überlegen bin, ob ich jetzt hier noch die Glasfronten wegnehme und da auch noch zwei Zusatzboxen hinmachen werde. Einfach, damit ich dann auch den Fall abdecken kann, wenn die Monster hier in den Wasserlauf hopsen würden. Hat natürlich noch so seine Ausbauschwierigkeiten und Kinderkrankheiten. Aber im Grunde eigentlich eine ganz lustige Bastelei. Ich muss jetzt nur mal schauen, dass ich hier irgendwie noch die Viecher hierher gelockt bringe. Na ja gut, das war es jetzt dann einfach mal von mir mit meiner kleinen, ja, ähm, wie nenne ich das jetzt mal? A Cage-Shooter-Anlage. Ja. Was es nicht alles gibt. Und es ist groß genug, um in die, naja, Handtasche zu passen. Wie auch immer, ähm, ja, das war es von mir. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Und, ja, tschüss, tschüss.